Willst du den Gullett verhöhnen? Kann ich nichts bekommen? Du kannst wissen, wer das Schiffsrad dreht und es rauskommt. Ich könnte ein Leg oder etwas verlieren. Ich werde sicher, dass ich das hinbekommen bin. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal am Schiffsrad drehen, das ist klar. Und ein nettes Messer hast du da. Äh, gib das mal her. Du Clown. Das wird nicht gut tun. Das hat mich gar nicht beeinflusst. Das hat mich beeinflusst. Er hat einen guten Synchronsprecher genommen, die sind richtig cool. Äh, wie steckt er fest? Haben wir das schon gemacht? Ja, so an die Oberfläche zurück, wir wollen jetzt nicht noch mal sterben. Der Chat hat übrigens geschrieben, unterlassene Hilfeleistung. Ja, wir haben natürlich den Tod, wir haben ihn ermordet eigentlich. Das stimmt. Das ist mehr als unterlassene Hilfeleistung. So, jetzt hier schnell an der Schiffsreling entlang. So, nach oben. Bip, bup, bup, bup. Huh. So. Was ist das? So, die macht hier Chaos. So, hier hoch. Ich könnte mir das Messer mal angucken, was wir da rausgezogen haben. Über die Ursprünge des antiken Messers grübeln. Ich kann nur das bezeugen. Ja, man. Okay. Das war egal mit seinem Rücken. So, aber ich kann ja gar nichts machen, so tun, als würde ich am Ruder drehen. Achso, ich habe gerade schreien gehört. Haha, geil, der schreit die ganze Zeit. Hört ihr das auch? Ich kann mal den Sound. Äh, Umgebung mal runter. Ja, der schreit da unten die ganze Zeit, weil ich am Ruder drehe. Haha. Aber die Frage ist, wenn ich am Ruder drehe, dann müsste das Schiff auch woanders hinfahren. Finde ich natürlich sehr lustig. So, wir könnten mal hier oben den Dings hochklettern. Hier ist das Grenennetz. Mal gucken, was da oben ist. Warum heißt das eigentlich Krähen letztens, ist ja die Frage. Dave dreht am Rad, ja man. Oh. Wer ist das hier? Lies ein Buch. Nach Flambe. Flambe. Flambe heißt der. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Be my guest. Sehr gut. Wir könnten sonst nichts machen mit dem. So, den Horizont absuchen. Das ist ein schickes Fanglas. Das ist ein schickes Fanglas. Das ist ein schickes Fanglas. Ich würde, dass wir alle das gleiche getan haben. Okay. Norizont absuchen. Hey Flambe! Wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Okay. Sie haben meine Expedition untergraben, um den Preis für sich zu beanspruchen. Diese hinterhaltigen Diebe. Das ist Piraterie. Okay. Ein Piratenspiel. Das ist eine Art Erleichterung, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine Art Erleichterung, wenn ich darüber nachdenke. Das ist eine Art Erleichterung. Wenn ich darüber nachdenke. Ich fühle mich zufrieden, dass es eine einfache Erleichterung war, eher als eine genuene Lacken für meine Qualitäten. Es könnte immer beide sein. Schau groß. Warum sind sie glücklicher? Ein gut geschlossener Lacken in der Rückseite ist eine Zauberung. Aha! Sie haben einen Schädel missen. Hahaha! Aber ich habe einen, und zwar Murray. Wir brauchen keinen Zaubertrank, weil sie einen haben. Alles was sie brauchen ist ein Schädel und schon sind sie auf dem Weg nach Monkey Island. Ich habe eine Idee. Ich brauche keinen Zaubertrank. Wir brauchen keine Potion, weil sie einen haben. Was? Entschuldigung, ich hatte keine Achtung. Schau bereit zu fahren. Ich kenne mich wie ein Kordermaster zu dir? Du siehst sicher nicht wie einer zu mir. Ich gehe mit Iron Rose zu sprechen. Das wird großartig sein. Wenn du so sagst. Swabby. Swabby. Wir sind nämlich nur ein Schrubbjunge eigentlich. Zum Deck hinunterklettern. Sehr gut. Wo sie halt zu einer Arschklappe gehen. So ein Patch auf dem Arsch. So, hier. Ich habe eine fantastische Idee. Ich bin ein wenig überrascht das zu hören. Was meint ihr damit? Dass ihr nicht nach Monkey Island wollt? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Ich dachte der Sinn dieser Reise sei es nach Monkey Island zu reisen. Ich finde bei dem Spiel ist das super geil. Aber das ist bisschen blöd. Dass ich kann mir meistens immer nur eine Option aussuchen. Und den Rest kann ich mir nicht anhören. Voll blöd. Ich bin ein wenig überrascht das zu hören. Was meint ihr damit? Ihr wollt nicht nach Monkey Island? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? Ich dachte das war der Sinn der Reise. Was meint ihr damit? Warum solltet ihr nicht nach Monkey Island wollen? A better question is why would we want to go? There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split six ways. Seven. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk guybrushed three board. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at one bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Okay. Wir müssen jetzt quasi die umstimmen. Das ist voll blöd. Rose überreden, ihre Stimme zu ändern. Listen. About that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. I could do you a favor in return. Win-Win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kinda small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. As Quartiermeister, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Okay. Durch seinen rötlichen Schleier der ständigen Wut, als seine persönliches Spielzeug, als große runde Schachtel mit einer Schleife drauf und dem Geheimnis von Monkey Island darin, rötlicher Schleier. I don't know. That's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith, about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith, about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Okay, LeChuck muss die quasi inspirieren. Keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Wir könnten Murray rüberschießen, denk ich mal. Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. Oh, oh. I better get my hands on the Chuck's map first. Okay. Murray is just here drinnen. Nach Murray sehen. Are you okay in there, Murray? When I get out of here, I'm going to chew both your legs off and use your traitorous fingers to pick my feet. Okay then. Just checking. Okay. Sehr gut. Wir müssen jetzt noch die Karte klauen. Von LeChuck. Gehen wir doch einfach mal zu LeChuck. Oh nein. Mit LeChuck sprechen. Können wir sonst nichts machen hier drinnen. Wo ist die scheiß Karte? Ich habe die noch nicht gefunden. Ach da. Was willst du, Swabby? Äh, warum genau versuchen sie, das Geheimnis von Monkey Island zu finden? Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, nach Monkey Island zu kommen. Ist Guybrush-Schriebwort nicht vor Jahren nach Monkey Island gekommen? Äh, ich habe vielleicht einen Weg nach Monkey Island... Ich habe vielleicht einen Weg nach Monkey Island gefunden. um zu Monkey Island zu kommen. Ich habe einen anderen Schiff, die eine Potion gemacht. Und wir können einfach sie folgen. Was sagt diese Nämmerklaut? Äh, die da, auf meinem Bein. Es sagt LeChuck. Und LeChuck ist ein Leader, nicht ein Follower. Ein weiteres Ding, Swabby. Ein weiteres Ding, Now that you be first Swab, you'll be needing to fill out the Swabby Report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's Grog, that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Ein Swabby Report? Wie haben wir den jetzt gekriegt? Äh, 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 äh. Ah, hier. Bericht des ersten, äh, äh, Schrubbers. Missstände auf dem Schiff protokollieren. Von Iron Rose unterschreiben lassen. Puh. Geisterratte. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, zu verlassen. Ja. Geisterratte. Äh, Flair? Ah, was ist es? Was genau ist eigentlich deine Aufgabe? Entschuldigung, aber ich bin nicht klar. Was genau ist dein Job an diesem Schiff? Ich bin der zweite Freund, Bosa und Gunner, Schiffsurgeist und Komposer. Und ich mache die Läutung. Wow. Sauf ein bisschen für den Rest von uns, hm? Du, nach meiner Arbeit? Es besser nicht sein. Ich brauche das Geld. Ich schaue das Geld. Ich schaue das. Okay. Woran arbeitest du da? Es ist Themmusik für LeChuck. Ich schaue eine Melodie. Ich bin froh mit den ersten zwei Noten. Sie sind beide. Dough. Die Repetition empfasizes LeChucks relentlose Natur. Sein dogged pursuit of his goals. Es ist eine Qualität, die ich admire. Still working on the other notes. My target is seven total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to. Right, Swabby? Äh, können wir nochmal... Achso, die... Wie steht's um die Titelmelodie? Da kommen noch ein Statusfragen von der Titelmelodie. Können wir über den... Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay. Fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Probably still there. Uh-huh. Okay, ich hab da ein Messer. Okay, ich hab da ein Messer. Aber er macht's. Sie machen? No, niemals. Aber sie sollten. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchen nennen? Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchen nennen? Weil es ein paar Pedestrian-Kloden gibt, die eine große Kälte kennen würden, wenn es ihnen in die Hälfte gekämpft hat. Das macht es oft oft, wenn man es richtig kocht. Oder falsch. Aber es ist grundsätzlich, weil ich technisch ein Koch bin, nicht ein Chef. Das ist ein Jobtitel. Also ein Chef ist besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besser Essen als ein leckerer Chef. Aber es ist meistens um die Maschine von Materialien und Techniken. Wobei ein Chef hat Kunststoff, Improvisation und Innovation. Jemand, der meine kalteten Mönchfisch- und Haaggis-Dumpfeln hat, sollte ich diesen Titel verdienen. Also ein Chef ausrankt einen Koch? Ja. Natürlich wäre ich auf einem Schiff dieser Größe immer der einzige, der Essen macht. Also diese Partie bedeutet nichts. Es geht nur um die Erkennung. Okay. Anerkennung. Jetzt kommt ein Chefkoch mehr Geld. Does ein Chef get paid more than a cook? Ha! I mean, yes. But on this ship? Not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy. Complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. Butler Chuck refuses to sign it. Management. Pfff. Yeah. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not a fly. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. Yeah, man. Wie wurdest du zum Zombie? How did you become a zombie? Oh, the usual way. Hi. I was at the culinary academy at the time. At first I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. How about you? Me? Um. I'm a zombie by marriage? Ha, ha. Good one. I was married once too. I know what you mean. Okay. Wie war Gullet? Wie Aramon. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. He. Wie auch immer. Okay. Hat Gewichte geschrieben. Vielleicht können wir den jetzt da unten verlabern. So. Ich möchte versuchen, dich bei der Abstimmung über Monkey Island zu überreden. Ich möchte versuchen, dich auf dem Monkey Island zu überreden. Schau deinen Geist. Ich bin nicht überredenbar. Es gibt nur eine Opinion, die ich wertvolle. Und das ist Iron Rose. Sie ist der wütendste auf dem Land. Der zweite wütendste. Jetzt, dass du es erwähnt hast. Ich erinnere mich, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose wählen würde. Also ich werde das auch machen. Whatever way Rose wählt, das ist wie ich wähle. Okay. Oh. Alles klar. Okay. Äh. Bist du sicher, dass ich dich nicht umstimmen kann? Das müssen wir jetzt nicht fragen. Können wir dich einmal noch fragen? Mal gucken. Are you sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah. I'm voting whatever way Rose votes. Okay. Okay. Also. Ich überlasse dich mit deinem Kochen. I'll let you get back to cooking. Yeah. Yeah. So. Hier. Antrag auf Beforderung prüfen. Putra makes a compelling case for promotion. Anbieten zu helfen? Wollte ich mal sehen, ob ich mit deiner Prüfung machen kann. Ich denke, LeChuck mag mich. Haha. Natürlich. Schau dich selbst aus. Wenn nichts anderes, werde ich davon ein bisschen Spaß bekommen. Es dauert immer noch, dass ich in hier itemisiere. Ich werde nur eine Blanketentrie für die ganze Galley machen. Die ganze Kombination. Alles klar. So. Das haben wir. Das dachte ich mir fast, weil hier ist ja alles stinkt und was weiß ich. So. Okay. So. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.